Und es ist soweit, zwei Minuten sind rum, die Besprochen kommen hier zunächst in Aktion an der Wipper Showfläche. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben da was ganz Abgefahrenes. Das gibt es wirklich in Deutschland in keiner Tanzschule. Da habe ich einen Jungen lang vor einem Jahr kennengelernt und seitdem haben wir es. Melbourne Shuffle. Vielleicht schon mal auf YouTube gehört oder gesehen, besser gesagt. Und heute haben wir es auf jeden Fall hier für euch, dass ihr auch mal seht, wie das aussieht. Und jetzt sage ich einfach mal, es geht los. Musik kommt und viel Spaß. Melbourne Shuffle hier an der Wipper Showbühne. Outtown, downtown. All around the world we got to jump out, jump out. Everybody's gone because we need more hardcore. Sageboys mayday, mayday, rivers in the UK. Outtown, downtown. All around the world we got to jump out, jump out. Everybody's gone because we need more hardcore. Mayday, mayday, rivers in the UK. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020